Individualität, Inspiration sowie Innovation. Das sind die Leitmotive der Inhor-Genta 2017. Tausend Uhren- und Schmuckhersteller aus 40 Ländern präsentieren ihre neuesten Entwicklungen und Designs auf der Messe in München. Welche Trends sind 2017 angesagt und welche Hersteller verzaubern uns mit ihrem glitzernden Sortiment? Es glitzert. Schön. Schon ein Highlight gefunden? Ja, ich habe ganz tolle Ringe bei Evaluwell gesehen. Trends aufzuspüren. Um zu sehen, was gibt es Neues, was gibt es Neues auf dem Markt, was passt für meine Kunden. Der tolle Schmuck und die Show gerade eben, die ich nicht verpassen wollte in diesem Jahr. Egal ob Kleinuhren, Designerschmuck oder Trauringe. Die Inhor-Genta überzeugt mit einer großen Bandbreite an Inspirationen. Ab sofort versorgen wir Sie live aus München mit Interviews und Filmbeiträgen. Seien Sie mit dabei auf Messeblick TV. 1